Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Survival Evolve und wir sind auf dem Weg zu unserem Startpunkt. In der Ruin, die wir gefunden haben, mit jedem Main Chitin, leider immer kein Leder, aber wir können mal schauen, ob ich vielleicht dann hier auf die andere Seite... Boah, da hat der mich jetzt erschreckt, ey. Ich dachte schon, da kommt ein bisschen angeschwungen, ey. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Leben. Was könnten wir als nächstes brauchen? Wahrscheinlich schon die ganzen Gebäudesachen, wie das Bett zum Beispiel. Standing Torch wäre natürlich nicht schlecht für in der Nacht. Könnten wir ein bisschen Feuer machen. Ähm, wenn den passte, gut. Ja, das geben sie, gut. Weil die Höhle, es wird ja in einmal bis hier Nacht werden, hoffe ich mal. Sofern sich die eingestellt ist, die Nacht wird natürlich kürzer als der Tag, aber sie soll kommen. Hier war doch mein Lagerfeuer. Hier, man sieht's kaum. Okay, dann schau ich mal, kann man die Kisten eigentlich überhaupt hier auf dem normalen Boden stellen? Geht das überhaupt? Ja, geht. Okay. Gut, dann werde ich mal das Chitin reinrollen. Ja, super. So. Chitin. Wo haben wir das Leder her? Was, wir haben Leder? Woher? Okay, ähm, ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Okay, ähm, warte mal. Jetzt machen wir es mal so. Jetzt machen wir mal, ey. Jetzt tun wir mal 20 Fleisch mal braten. Und zwar am besten mit Fetch. Dann gibt es keine Kohle, die wir jetzt gar nicht brauchen. Und dann brauchen wir... ...für das... ...15 Leder. Ja, was, wir haben zwölf. Super. Gut, das heißt, wir werden das Eisen... ...was wir hier haben, was wir nicht um die verlieren möchten. Dann tun wir es mal da rein. So. Flint Fiber. Okay. Die Sachen, naja, könnten wir verkraften, wenn wir es nicht mehr hätten. Ich kann auch die Zwille nicht bauen, oder? Das geht auch nicht. Ich weiß, was sind Zwille dann... Warte, die können wir nicht so bauen, warte mal. Du blöd, was wir haben, können wir die bauen sogar. Also, Heiz, Stein... Fiber war es, glaube ich, oder? Ah, Wut, 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 okay. Okay, das kann ich auch bauen. So. So. So, jetzt ist die Frage, ob wir versuchen, den... ...den... ...den kleinen Biber hier zu zähmen. Kann sein, dass er uns platt macht. Kann sein, dass er aber gut geht. Ja, sind die schnell? Das ist Level 5. Hm. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Soll ich es kehren, soll ich es kehren? Vor allem frage ich mich über das Giganoto durch. Ist der noch dein, du? Hat er nicht so Küste vorgefressen? Oh, da ist hier unten, du. Scheiße, ich kann nicht mal runterfallen, ey. Was das für Steine hier sind, kriege ich hier gute Ressourcen raus. Ich hoffe es mal. Aber mit meinem Glück wahrscheinlich nicht. Hier kann man auch nicht scrubben oder so. Schauen wir mal, was sie hier rausgibt. Man kann sie abbauen. Oh, nee. Ich deb. Ach, ich bin überladen, natürlich. Logisch. Habe ich hier irgendwas, wo ich mal schnell essen kann? Ähm, hier. Geht es eigentlich immer noch mit der Schnelltaste? Ach, zu scheiße. Früher konnte man drauf bleiben. Habe ich wohl deaktiviert. Oder wenn es immer betaufen ist, geht es immer noch? Vielleicht dann? Ja. Wenn es immer betaufen, vergeht das. Okay, nur bin ich nicht wirklich leichter geworden. Boah, das ist echt übel mit dem Leder. Er mangelt es gerade. Hm. Hier können wir sonst so Leder kommen. Müssen Tiere jagen? Nur welche? Welche Tiere bringen sich um? Es gibt keine Dodos. Wo es eigentlich ein leichtes wäre. Mit mehr Ressourcen würde man viel mehr rauskriegen. Welchen Biber hätte er da? Hm. Okay, jetzt darf ich mal zuerst mal zu unserem Startpunkt hier hin. Und eigentlich müsste ich ja trotzdem... Ah, hier, ich könnte Fenches bauen. Und ich baue hier wirklich doch alles aus. Mit Holz schön davor. Das ist die Frage, wie ich das jetzt mache. Oder wenn ich den grünen Boden behalten möchte, kann ich gleich in die Bait fliegen. Dann müsste ich ja wirklich noch zu machen, irgendwie. Ich frage mich, was das mit dem Loch da unten ist. Ne, sehe ich da irgendwas da raufkommt später. Eine riesen Beste, die mich dann verschlingt oder sowas ähnliches. Na ja, wir werden es dann sehen. Was uns die Zukunft noch erwarten wird. So, deswegen habe ich die dann endlich zur Kiste geschlichen. So. Ich weiß, ich hätte die Kiste dabei gehabt. Ich müsste aber hier reinknullen und so. Eisen, Watterskin. Den könnte ich mir mal füllen. Problem ist, der verliert natürlich immer noch... Ja mei, woher jetzt? Ach so. Von vorhin, naja, klar. So. Die Kiste ist nämlich jetzt voll hier. Okay, darf ich sagen. Dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung wieder. Den Watterskin fülle ich mal kurz hier drinnen auf. So, jetzt ist er voll, aber der verliert mit der Zeit an Flüssigkeit, weil er einfach halt nicht dicht ist. So, und jetzt suche ich mir ein Tier, das wir töten können, dass es uns Leder gibt. Was ist das für ein Loch da hinten? Ist das eine Höhle? Ach komm, ich gehe hier gar nicht hin jetzt. Wir suchen jetzt irgendein Vieh, das wir töten können, dass es uns Leder gibt. Das ist jetzt die erste Priorität hier. Ich sehe schon wieder ein Skorpion. Boah, ist das die erste Skorpion oder was? Was? Na komm schon. Komm. Das ist was anderes als den Spinnen. Spinnen und Schlangen. Ach du Scheiße. Spinnen und Schlangen. Ach du Scheiße. Spucken her. Ein Tausendfüßler. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das war keine gute Idee. Fast kein Speer mehr. Oh nein, nein, nein. Die armen Biber. 75 kriege ich, ich wollte gerade sagen. Vergiss das mal. Boah. Boah, die haben mich alles zerfetzt. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, ey. Ja, irgendwie hast du die Dodos. Du bist ja was. Entschuldige mich dasselbe hier. Scheint sogar. Bin am sterben gerade. Ähm. Ja, müssen wir zu den Sachen gekommen, ne? Aber ich sehe wirklich nicht leben noch. So, okay. Schauen wir, was wir haben jetzt für. Die, die, den Typen da, der, der dumme Wurm hat uns eh alles zerschossen. Die kommen meistens im normalen Arc Level nur. Oben vor, also in der Höhle meine ich. Nicht, äh, oben. Ähm, ja. Hübsch, was ich meine. Aber das ist doof. Der haut mich, der haut jetzt alles da unten. Alles klein und brei, ey. Ähm, super. Und jetzt? Können wir schon ein Schwert bauen vielleicht? Schwert, Schwert. Wenn ihr ja schon eine Idee habt. Dafür muss ich das hier freischalten dann. Äh, Stuberantien. Schild. Okay, also braucht. Ich brauche jetzt mal noch, ähm, eine Fliftchen Axt. So. Wenn wir das hier herstellen, mal das hier herstellen. Ne, falsch. Das hier. Okay, dann brauche ich ein Schild. Äh, warte, was brauche ich denn für ein Schild? Bitte hide. Was hat sich denn das überlegt? Haben wir bereits, ähm, Fiber. So, okay. Hosen. Und Speere. So, okay. Soviel dazu. So. So, und jetzt können wir nämlich den blöden, blöden Dodos hier haben. Die jetzt alle weg sind. Was? Da sind sie. Ich wollte schon sagen, ey. So. Endlich hide, sehr gut. Jetzt geht einem hier einiges. Ähm, jetzt können wir einfach simple backen. Wir können jetzt schon fast bauen. Wir können sie im Bett bauen gleich. Okay, wir bauen kurz ein simple Bett. Dann modeln Peste. Vielleicht haben wir eh gleich level ab. Ne, ich mal. Okay. Dann im Bett, wo es uns nicht so viel bringt eigentlich. Bis auf das wir hier spawnen könnten. Was? Da hat er echt meinen... Hä? Hallo? Oh, was ist mich verarschen? Ich komme, ich kriege nichts, weil der im Stein liegt. Super, oder? Ähm. Gut. Also würde ich sagen, dann bauen wir jetzt mal. Ähm. Die Wände brauche ich. Die Wände brauche ich mal vorerst mal. Und ähm. Das brauche ich vorerst mal nicht. Das brauche ich dann wieder. Bolas. Ähm. Klappstein. Die Robeleiter brauche ich zur Zeit auch nicht. Wodenrailing brauche ich auch nicht. Ich brauche Wodenziegelstun. Das ist ein Test-Dummy. Okay. Training-Dummy. Okay. Ähm. Ach du Scheiße. Okay. Wollen wir kurz droppen hier? Drop. Überhaupt so schwer. Wir verarschen. Drop. So. Okay. Jetzt können wir. Ähm. Was können wir jetzt herstellen? Gar nichts mehr? Moment mal. Ach, war ich Fiber noch? Ah, super. Fiber. Ähm. Fiber, Fiber, Fiber kriege ich zusammen, ne? Ja. Bisschen überladen. Nur ein klein wenig aber. So. Ich frag mich grad wo wir eigentlich waren. Wir waren in der Mitte von der Insel. Map. Ja, wir waren in der Mitte von der Insel. Jetzt müssen wir uns da durchkämpfen. Mal schauen, ob das so ein Lack geht. Mal schauen, wie ist es wieder den Typen vorbei? Ach du Scheiße. So. Ah, so. Jetzt haben wir einiges was wir brauchen können. Mal die Schuhe. Mal mehr Fiber. So. Schuhe und dann fehlen uns die Handschuhe. Der Rest haben wir eigentlich. So. So. Und dann das Skin. Sehr gut. Dann können wir das Schild noch bauen. So. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Schutz mal. So. Okay. Dann nehmen wir gleich noch das hier auch noch mit. So. 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 Ich würde nicht mehr so machen, ich würde nicht mehr so machen, ich würde nicht mehr so machen.